Hallo und herzlich willkommen zum F1-Mensch aus 2023. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir versuchen heute ausnahmsweise mal in die Punkte zu fahren und nicht außerhalb der Punkte rumzugurken. Denn mit einem einzigen Punkt wäre der Vorstand wahrscheinlich viel wohlgesonder gegenüber uns, anstatt jetzt so ein bisschen, naja, misstrauisch zu sein. Anders kann man das schon gar nicht mehr definieren, wenn das nicht sogar schon zu nett ausgesprochen wurde. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Rennen rein und gucken mal, wo uns die Reise hin verschlägt. Ach ja, wir haben ja noch, ja stimmt, wir haben ja auch noch eine Strafversetzung. Ah, sehr schön. Warte mal. Nee, das kommt ja noch obendrauf. Wir starten von Startplatz 28 von 20. Sensationell. Und hier auch noch mal von vier. Ich war jetzt gerade überlegen. Warte mal, wir waren noch keine Achter. Und hier starten wir vom, ah, 24. Sehr schön. Weißt du, hast du die Startaufstellung. Erster, zweiter, dritter und so weiter. Dann 20 und dann 21, 22, 23 leer. Und dann kommt erst unser. Und dann 25 leer, 26 leer, 27 leer, 28 kommt dann Piastri. So, wir versuchen natürlich jetzt eine Strategie auszuwählen. Und es wird auf jeden Fall eine Drei-Stopp-Strategie. Ich tendiere tatsächlich geschätzte Rennzeit. 1,24. Oha! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Achte mal hier drunter, die Zahlen. Guck mal, da haben wir... Ja, okay. Da sparen wir jetzt nicht wirklich viel ein, ne? Null, guck mal, ja. Guck mal. Also das ist jetzt nicht so, naja, wie gedacht eigentlich. Ich würde sagen, wir fahren Supersoft, Medium, Medium. Jo. Supersoft. Ah, Getriebe ist kaputt. Ah, nicht. Habe ich noch eine Million? Strafversetzt können wir eh nicht mehr werden. Haben wir gekauft. Ohpala. Haben wir gekauft, kriegt dann neues Getriebe. Wobei ich mich immer wirklich noch frage, warum bei 37 Prozent das wirklich den Geist aufgibt. Kann ja eigentlich nicht. Das kann ja eigentlich nicht, ne? So, was hatten wir jetzt hier? Supersoft, Medium, Medium. Supersoft, Medium, Medium machen wir. Äh, und hier aktuelles Geschwindigkeitsziel, würde ich sagen. Lol. Guck mal. Pass mal auf. Jetzt achte mal bitte. Aktuelles Geschwindigkeitsziel. Das hier, ne? Machen wir einen weiter. Was wir da einsparen. Das ist ja gar... Und da sind wir... Hä? Ach, geschätzte Rennzeit. Ja, sensationell. Ja, dann können wir lieber... Können wir auch so fahren. Oder warte mal. Ach, der verändert das hier auch noch. Ah, okay. Jo, zu wissen. Was haben wir hier für eine... Ja, okay. Wenn wir jetzt alles... Pass auf, wir machen alles mal vorange. Dann hätten wir... Boah, da haben wir ja richtig eingespart. Da haben wir ja richtig eingespart. Oh mein Gott. Na ja, dann fahren wir so. Strecken-Grafik. Was heißt das? Reifenabrieb sehr gering. Okay. Trockene Strecke. Ja, ist klar. Reifenkühlungsrate. Also die erhitzen sehr schnell. Äh, okay. Bestätigen. So, einmal zurück. Was wollte ich noch machen? Fahreroption. Kann man irgendwo das direkt anpassen mit dem... Für zwei Kämpfe? Nee, ne? Kann man nicht anpassen. Okay, dann starten wir direkt mal rein. Wir gehen rein. Du hast ein Antriebsmodul installiert, das das Limit pro Saison überschreitet und zu einer Startstraße... Ja, was soll mir denn noch passieren? Wir starten ja schon ganz hinten. Ganz hinten. Hier vor den Toren von Doha steigt die Spannung immer weiter an vor dem Start beim großen Preis von Katar. Ich frage mich, wie wird es in diesem Rennen für Landon Norris laufen? Nach 99 vorangegangenen F1-Rennen erreicht er heute den Meilenstein des 100. letzten Starts. Oh! Glückwunsch! GG! Okay, wir machen jetzt direkt... Direkt... Okay. Wir machen jetzt direkt Zweikampf und direkt das andere aktivieren. Komm, komm, komm! Komm, zeig, zeig, zeig! Hier! So, direkt für Zweikämpfe und einsetzen. Hier auch. Direkt einsetzen und für Zweikämpfe. Und dann steigen wir direkt ein. So! Wir sind... Real Talk. Das ist gekatert. Weißt du, ich habe jetzt gerade... gelbe Flagge. Ich habe jetzt gerade den Überblick gehabt und dann so... Was war das denn? Ja, das muss ja eine Strafe... Das gibt doch... Das muss eine Strafe geben. Nicht für uns. Für den. Hülkenberg. Ist der Verursacher. Und fährt einfach weg. Fahrerflucht! Das ist definitiv nichts, was jeder in der Garage gerne gesehen hätte. Nee! Vor allem... Ich will ein Rennen fahren, Freunde! Ist das in Ordnung? Aerodynamik. Ja! Box & Stop öffnen. Äh... Frontflügel null übrig. Ah, geil! Ja, schön. Muss ersetzt werden. Wir haben ein Problem. Wieso kann ich die... Ich habe doch noch Frontflügel, oder? Andere! Kann ich nicht andere hier reinsetzen? Das war eigentlich mein Plan! Oh, nee! Was mache ich denn da jetzt? Äh, ich kann nix! Hier! Ah, okay! Ja, muss jetzt so weiterfahren. Tut mir leid. Boah, nee! Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ja, Piastri hat zwei Positionen verloren. Das haben wir gesehen. Genau. Schauen wir uns das mal an in Kurve 3. Das muss er jetzt durchziehen. Ja. Den können wir eigentlich nur noch da fahren lassen als Blockade. Ja, okay. Kannst hier neutral fahren. Okay, das kannst du aber einsetzen. Genau. Du setzt das ein, damit wir die Lücke geschlossen kriegen. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Damit wir die Lücke geschlossen kriegen. Und dann werden wir wieder auf neutral fahren. Ich glaube, das ist so der way to go. Aber irgendwie setzt er das nicht richtig ein, ne? Kann das sein? Ich lass... Pass mal auf, ich lass die jetzt mal permanent damit fahren mit eingesetzt. Schlimmer kann die Saison ja gar nicht mehr laufen, oder? Schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht mehr laufen, glaube ich. Guck mal, wir holen aber auf. Ich lass das mal. Dass der das immer einsetzt. Norris überholt Höckenberg. Et voilà! In seinem 100. Grand Prix, meine Damen und Herren. Ne? Wir sind jetzt mal eben 16er. Ja, vielen Dank. Ja, ist krass. Hat er geschafft. Aber... Hat er gut eingesetzt. Wir machen das jetzt. Einfach permanent einsetzen. Was soll denn passieren? Es kann ja gar nicht mehr schlimmer bei uns laufen. Richtig? Richtig. Würde ich sagen. Wir setzen das einfach permanent ein für das ganze Rennen. Mal schauen, was passiert. Mal gucken. Ich hoffe einfach. Aber hier ist natürlich doof. Das war hier kein... Wie sieht Reifen-mäßig aus? Eigentlich ganz gut, ne? Norris hat das echt drauf mit den Reifen. Muss man so sagen. Okay, wir sind 15er. Haben wir da irgendwie eventuell immer eine Sache nicht aktiv gehabt? Und jetzt... Krass. Ich glaube, das muss man permanent einschalten. Kann das sein? Das hier. Einsetzen einfach. Weil guck mal, was der da durchs Feld flügt. Jo. Hülkenberg-Boxen. Ja, der hat uns die Tour versaut hier. Mit Piastri. Muss man einfach so sagen, ne? Piastri fährt gerade hinterher. Wo ist Piastri überhaupt? Ach da. Ja, den überrunden wir sogar schon. Das ist krass. Okay, krass. Guck dir an, Norris. Norris. Geil. Okay, der kriegt sogar vielleicht... Jetzt haben wir Zeit im Fenster. Nein. Du fährst weiter. Wir fahren eigentlich alle. Auf supersoften Medium teilweise, ne? Okay. Okay, okay, okay. Wir flügen hier. Da. Sind wir vorbei. Und wir bleiben noch was draußen. Weil Reifen ist noch gut. Ignorieren. Weiterfahren. Genau, du fährst jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Reifen leicht überhitzt. Ja, ja, ja. Leclerc. Boxen ist kein Problem. Wir sind zwölfter. Ah ja, gut. Da waren noch viele in der Box, ne? Ja, du kannst planen. Ja, ich war... Muss ersetzt werden. Ja, wie soll ich das denn machen? Boxen kann ich nicht. Ich... Ich kann... Ich kann nicht wechseln. Was machen wir denn da jetzt? Wie verbleiben wir denn jetzt? Boxen-Stop öffnen. Du gehst jetzt auf jeden Fall auf Medium. So. Okay, und die anderen fahren? Auch Medium. Von Supersoft auf Medium, glaube ich, haben die gewechselt. Okay. Pass. Boxen-Stop-Problem. Ich hoffe, wir haben keins. Stop-Zeit. 4,3. Das ist schon zu viel. Boxen-Stop-Problem. Ja, und dann... Kriegt er die Google-Räder dran. Das ist das Problem. Wegen den Google-Rädern. Ja. Piastri müssen wir eigentlich aus dem Rennen nehmen, ne? Aber wie? Wie können wir dem sagen, hör mal auf zu fahren? Können wir dem das irgendwie sagen? Ich weiß nicht wie. Auto zurückziehen. Ist das Rennen für den Fahrer vorbei? Ja. Müssen wir. Müssen wir. Der kann ja nicht durchfahren. Wir haben Boxen-Stop-Problem. Hä? Der ist rausgezogen. Der braucht keinen Boxen-Stop-Man machen. So. Wir haben... 8 Sekunden Rückstand gegen den. Okay. Hier ist noch alles aktiv. Wir bleiben da auch bei. Wir lassen das erstmal jetzt aktiv. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das der way to go ist. Russell Boxen-Stop-Problem. Aber das sieht man wahrscheinlich jetzt wieder nur beim Reifenwechsel, dass da irgendwie der Schlagbohrer... Schlagschrauber gehakt hat, ne? Äh... Ne, ne, hier, hier. Hier, die beiden. Die halten zu lange das Auto fest. Der darf natürlich nicht. So. Wir sind immer noch 12 Sekunden Rückstand. Aber... Gegenüber dem 16. Haben wir aber auch 13 Sekunden, 14 Sekunden Vorsprung. Darf man ja nicht auch außer Betracht lassen, ne? Boxen-Stop-Problem. Ja. Wir fahren mal so weiter. Ich würde mir das jetzt gerne erstmal angucken. Ich meine, 15. ist ja gar nicht so ver... Boah, was meinst du, wo wir gelandet wären, wenn wir... Ich sag mal... Ja, wir haben ja weiter vorne gelandet. Ach, das wollte ich jetzt gucken eigentlich den... Ja, okay. In der Kurve hätte ich jetzt eigentlich mehr angucken können. Blockiert in Kur... Ja, blockieren ist, ne? Reifen blockiert. Hat spät gebremst. Bremsfehler, wie auch immer. Technischer Defekt kann natürlich sein. So, wir haben Hülkenberggebohr. Wir sind mittlerweile in der Position, dass wir Autos überrunden und überrundet werden. Ja, okay. Ne, Moment. So, es hängt alles an dir noch... Guck dir mal das Reifenmanagement an. Ein Traum. Ein Traum. Wie spät haben wir die Uhrzeit? Also, siehst du nicht. 20.50 Uhr auf der Strecke. Okay, wir sind 14. Freunde, wir sind... 14. Weil der in der Box ist, ne? Ja, okay, der ist in der Box. Ja, der ist in der Box gewesen. Sollen wir schon... Sollen wir schon... Sollen wir schon in die Box fahren? Ich muss gerade überlegen. Eigentlich sind die Reifen noch gut, ne? Ja, komm, machen wir. Mit frischen Reifen. Oh, warte mal. 23 Runden. Ne, abbrechen. Wir fahren erstmal weiter. Bestätigen. Ja, ja, fahr erstmal weiter. Ich wechsle gleich auf Supersoft. Weil Reifenmanagement ist super. Ich würde da gerne noch ein bisschen warten, tatsächlich. Weil, guck mal, die sind noch nicht ganz am Ende. Und dann können wir ja auf Supersoft wechseln. Weil dann haben wir 23 Runden. Ja, passt. Bestätigen. So. Jetzt fahren wir nämlich nochmal mit Supersoft raus. Strategie blitzartig geändert. Und vielleicht... Okay, wir sind immer noch 15. Geil. Boxenstop-Zeit. Gut. Ist sehr gut für uns. So. Und jetzt versuchen wir... Oh, wir haben 38 Sekunden Rückstand, ey. Wie sollen wir das denn aufholen? Boah, bis hier vorne müssen wir irgendwie... Müssen wir irgendwie was schaffen. Aber wir sind 15. Ich glaube, wir haben unseren... unsere Position befestigt. Ich könnte hier... Ja, guck mal. Das würde auf jeden Fall reichen. Das würde auf jeden Fall reichen. Aber ich werde jetzt hier nicht aggressiv oder so fahren. Weil... Bringt ja eh nicht so viel. Haben wir festgestellt. Na, aber das hier bringt anscheinend echt viel. Permanent einsetzen. Zweikampfhilfe. Ich glaube, das könnte... Hätten wir vielleicht eher machen sollen. Aber wir sind immer noch nicht... Guck mal hier. Ja, wir sind 32 Sekunden Rückstand gegenüber dem 14. Das ist schon eine Hausnummer. Und wir werden gerade überrundet. Ja gut, wir haben blaue Flagge bekommen. Da müssen wir natürlich überrunden lassen. Da brauchen wir ja nicht einen Zweikampf reingehen. Dürfen wir ja auch gar nicht. Sonst würden wir ja das Renngeschehen beeinflussen. Ja, guck mal hier. Perfekt. Norris. Norris. Ich würde den so gerne im Team behalten. Aber ich kriege das nicht hin mit dem Vertrag. Letzte Runde. Ja. Leclerc überholt uns jetzt, glaube ich, ein zweites Mal schon. Sehen wir uns das genauer? Ja. Sehen wir uns an, wie wir in die 13. Kurve fahren. Oh nein, der geht weit raus. Vielleicht kurz nicht konzentriert gewesen. Der ist ein bisschen von den Curbs abgekommen. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Das ist Leclerc. Ja, wir sind Sieger. Wiii. Yeah. Wir haben gewonnen. Das war ein echt mieser Tag für Oscar Piastri. Ja. Das vorzeitige Aus ist zweifellos eine herbe Enttäuschung. Aber heute ist vorbei und jetzt muss man nach vorne schauen. Ja. Charles Leclerc betritt das Podium. Der Fahrer aus Monaco hat sich den Platz unter dem Top 3 wirklich verdient. Sechs Siege in dieser Saison und kein Ende in Sicht. Mächtig beeindruckend. Und da haben wir alle Podiumsgewinner des Grand Prix von Katar in einem Bild. Was kommt als nächstes für ein Rennen? Nochmal sagen wir das ja immer, ne? Haben die keine Fans da unten? Normalerweise ist doch hier alles voller Fans, oder? Sehe ich das falsch? Das ist ja gar keiner. Denken wir an das Ergebnis. Wie geht es Ihnen unten bei McLaren? Heute gab es von allem etwas. Einige Dinge liefen gut, andere wiederum nicht. Ich denke, Ihr Hauptziel wird es jetzt sein, eine gewisse Beständigkeit zu finden. Ja. Also dann. Unsere Zeit in LaSalle ist vorbei. Beim nächsten Mal überqueren wir den großen Teich und melden uns aus Texas. zum kurvenreichen großen Preis der USA. Hm. Schnellste Runde 1,25. Was sind wir denn in der Schnellste Runde gefahren? Beste 1,28. Alter Verwalter. Drei Sekunden Rückstand gegenüber dem Führenden. In einer Runde, ne? Ich darf es ja nicht vergessen. Schnellster Boxenstopp. Nix. Aber wir haben immer noch 17 Punkte. Wir sind immer noch vorletzter. Fortfahren, fortfahren, fortfahren. Ne, warte mal. 15, 15, 19, 15. Wäre vielleicht auch 13 drin gewesen, wenn wir von 15 gestartet wären? Hm. Gute Frage, ne? Kauft der vorgeschrieben? Aha, wir haben Minus gemacht diesmal. Wir haben Minus gemacht. Der Vorstand sitzt mir echt im Nacken, ne? Also, in diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann das Rennen in Texas fahren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.